Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 723 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich gehe gelassen und zuversichtlich durch jeden Tag. Ich gehe gelassen und zuversichtlich durch jeden Tag. Deine Idee ist gut. Ich beziehe sie in das Konzept ein. Mach deine Oma wieder so eine leckere Gemüsesuppe wie beim letzten Mal? Ich will noch nicht aufstehen. Ich bin noch müde. Ich will noch nicht aufstehen. Ich bin noch müde. Amira backt heute waffeln. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut. Amira backt heute waffeln. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut. Die Nachbarn haben jetzt Sonnenkollektoren auf ihrem Dach. Die Nachbarn haben jetzt Sonnenkollektoren auf ihrem Dach. Die Nachbarn haben jetzt Sonnenkollektoren auf ihrem Dach. Wann werden unsere geliefert? Ich binde mir die Schuhe zu. Mein Lauftraining beginnt frühmorgens vor der Arbeit. Zeig mir, was du gekocht hast. Es sieht gut aus und riecht gut. Zeig mir, was du gekocht hast. Es sieht gut aus und riecht gut. Zeig mir, was du gekocht hast. Es sieht gut aus und riecht gut. Ich habe völlig die Zeit vergessen und nicht daran gedacht, dass wir ein Treffen vereinbart haben. Dieses Projekt ist einzigartig in Deutschland. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Welches sind deine nächsten Aktionen, die du mit deinem Skateboard planst? Welches sind deine nächsten Aktionen, die du mit deinem Skateboard planst? Willst du wirklich mit diesem außergewöhnlichen Kopfschmuck zur Party gehen? Ich habe den Orangensaft mit Honig gemischt. Möchtest du ihn probieren? Ich habe den Orangensaft mit Honig gemischt. Möchtest du ihn probieren? Ich veröffentliche alle Töpferprodukte auf meinem Blog. 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 Irgendwann taucht auch für mich der richtige Mann auf. Bisher habe ich ihn leider noch nicht gefunden. Die Vertragsbedingungen sehen gut aus. Ich werde unterschreiben. Als nächstes kaufe ich ein Haus für mich und meine Familie. Ich kann es mir leisten. Als nächstes kaufe ich ein Haus für mich und meine Familie. Ich kann es mir leisten. Das hat er auf meine Nachricht geantwortet. Ist das nicht süß? Das hat er auf meine Nachricht geantwortet. Ist das nicht süß? Hast du dich auf die Herstellung bestimmter Gegenstände spezialisiert? Hast du dich auf die Herstellung bestimmter Gegenstände spezialisiert? Ich muss nur noch einen Anruf machen. Danach können wir sofort über deinen Vorschlag reden. Ich muss nur noch einen Anruf machen. Danach können wir sofort über deinen Vorschlag reden. Ab und zu ist es auch notwendig, während der Arbeit eine kurze Pause einzulegen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.